Very Fine, ein hannoverscher Fuchshengst des Jahres 2013, ein nachkommendes Viscount aus der Christine von Colleur Rubin Accord II, Calypso III. Very Fine, ein edler, langbeiniger und leichtfüßiger Junghengst des Viscount, mit tänzerischen Bewegungen und einer Typbrillanz, welcher mit einer Doppelveranlagung ausgestattet ist, die auch die Körungsrichter überzeugte. Er vereint ein vielversprechendes Pedigree mit Eleganz und einem hervorragenden Bewegungsablauf. Very Fine ist der erste gekörte Viscount-Sohn, ein noch junger Hengst, der aber bereits in Springprüfungen bis zur Klasse M2-Stern zu überzeugen weiß. In seiner Hengstleistungsprüfung erreichte Viscount Traumnoten bis zu 10,0 für seine Springanlage und Noten zwischen 8 und 9 für seine Grundgangarten, in denen besonders der Galopp hervorstach. Der Muttervater Colleur Rubin ist einer von vier gekörten und im Sport hocherfolgreichen Söhnen der Staatsprämien und Elite Stute Granuschka. Colleur Rubin war hocherfolgreich auf den größten internationalen Turnierplätzen unter Ludger Baerbaum. Aus der Urgroßmutter von Very Fine, Centiale, sind bereits viele im Springsport hocherfolgreiche Nachkommen zu verzeichnen. Als Großvater veredelt Very Fines Abstammung der Holsterner Hengst Accord II, einer der gefragtesten Springpferdemacher und überragender Sieger seiner Hengstleistungsprüfung, sowie Vize-Bundeschampion in Pferden. Very Fine, ein Junghengst in herrlicher Aufmachung, schönem Gesicht, mit einer raumgreifenden Galopade und einer eleganten Frische. Wir schauen gespannt auf seine Entwicklung im Zuchtjahr 2016.